Okay, dann herzlich willkommen zurück. Ich konnte keinen großen Schwund feststellen, insofern hoffe ich, dass Sie alle noch am Ball sind. Und ja, wir haben eben kennengelernt, so die ersten Anforderungen zum Thema Feuchteschutz. Das betraf die Schimmelpilzbildung auf Oberflächen. Bei Bauteilen gab es dazu explizit Anforderungen aus der DIN 4108 Teil 2, Mindestwärmeschutz. Und dann haben wir gesehen, dass es natürlich bei jedem Gebäude auch zu Wärmebrücken kommt. Das heißt, wir müssen jetzt eben auch über Mindestwärmeschutz im Bereich von Wärmebrücken sprechen. Was sind Wärmebrücken denn überhaupt? Man kann sagen, Wärmebrücken kann sehr vieles sein. Man sieht in den klassischen Definitionen, das finden Sie dann auch natürlich in Ihrem Tabellenbuch, gibt es, wird unterschieden zwischen konstruktiven Wärmebrücken, geometrischen Wärmebrücken, stofflich bedingten Wärmebrücken. Die physikalische Definition einer Wärmebrücke ist aber erstmal eindeutig. Eine Wärmebrücke, oder ich kann immer dann von einer Wärmebrücke sprechen, wenn der Wärmestrom durch mein Bauteil hindurch nicht mehr senkrecht zur Oberfläche steht, sondern im Bereich einer Wärmebrücke wird dieser abgelenkt. Das heißt, hier habe ich dann Komponenten, die eben nicht senkrecht zu meinem Bauteil stehen, sondern schräge Komponenten aufweisen. Und das hatten wir schon mal gesehen, dass es sowas gibt. Das war nämlich beim Thema inhomogene Bauteile, wenn Sie sich erinnern. Und wo kann das jetzt auftreten? Welche Folgen hat das? Wie kann ich das berechnen? Wo kann ich das ablesen? Das sind jetzt Themen, über die wir sprechen müssen, wo wir jetzt mit anfangen. Wie gesagt, nächste Woche gibt es da noch einen Fachvortrag zu. Und wir werden es später auch nochmal sehen bei der energetischen Bilanz. Wozu führt das, wenn es so schräge Komponenten gibt? Das führt dazu, dass es in einigen Bereichen wie hier zu einem Absinken der Oberflächentemperatur auf der Innenseite kommt. Mehr Wärmestrom heißt mehr Transport. Mehr Transport setzt voraus eine größere Temperaturdifferenz. Und die drückt sich eben aus in einer etwas kälteren Innenoberfläche und in einer etwas wärmeren Außenoberfläche. Das heißt, ich kann durch die Messung der Innenoberflächen- oder Außenoberflächentemperatur Wärmebrücken sichtbar machen mit einer Thermografiekamera. Wir haben das eben gesehen, bei der Fensterlaibung konnte ich das sichtbar machen. Da habe ich jetzt von innen thermografiert und sehe eben dieses Absinken der Oberflächentemperatur auf der Innenseite. Genauso gut kann ich bei bestimmten Wärmebrücken diesen Effekt von der Außenseite sichtbar machen. Zum Beispiel durchlaufende Balkonplatten auf der Außenseite kann ich gut auch im Winter, Es braucht natürlich eine Temperaturdifferenz zwischen Innenraumluft und Außen. Wenn ich die nicht habe, findet ja gar kein Transport statt. Also ich kann das immer dann thermografieren, wenn ich eine Temperaturdifferenz habe. Und da würde man sehen, dass auch auf der Außenseite ist in diesem Bereich hier, eigentlich mehr so in dem Bereich, zu einem etwas geringen Anstieg, Sie können es etwas an den Temperaturen sehen hier, die farblich hinterlegt sind, kommen wird. Durch den erhöhten Wärmefluss, durch die erhöhte Wärmestromdichte. Das heißt, obwohl jetzt der U-Wert meiner zwei Bauteile links und rechts der Störung derselbe ist. Also rechts habe ich eine außenliegende Stahlbetonwand. Hier Stahlbeton mit einer Wärmedämmung davor. Und der U-Wert ist der gleiche wie hier bei einem Mauerwerk. Obwohl der U-Wert links und rechts der Störung derselbe ist, findet im Bereich dieser Wärmebrücke ein veränderter Transport statt. Und dann spreche ich von einer Wärmebrücke. In dem Fall hier wird man von einer stoffbedingten oder auch konstruktiven Wärmebrücke sprechen. Den Effekt habe ich aber auch zum Beispiel, wenn ich, da kommen wir gleich noch zu, wenn ich mir Außenecken oder Innenecken anschaue. Auch da habe ich, obwohl das Bauteil an sich durchläuft, Mauerwerk plus Dämmung, stelle ich fest, dass ich in dem Bereich jetzt hier zum Beispiel einen größeren Wärmestrom haben werde. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich da andere Baustoffe verwendet habe, die eine andere Wärmeleitfähigkeit haben wie eben, sondern, dass die Wärme aufnehmende Fläche auf der Innenseite kleiner ist, als die Wärme abgebende Fläche auf der Außenseite. Das heißt, ich habe quasi so eine Art Trichter für die Wärme gebaut, Wärmebrücke könnte man auch sagen, gebaut. Und das habe ich auch, wenn ich eine unterschiedlich große Innen- und Außenoberfläche habe in einem Bereich. Das heißt, alle Ecken, alle Kanten meines Hauses sind Wärmebrücken per se. Die kann ich nicht vermeiden. Genauso ist es jetzt bei dem linken Bild hier. Hier, da ist es jetzt eine Innenecke, also da ist es quasi nicht eine nach außen gestülpte Ecke meines Hauses, sondern eine einspringende Ecke. Da ist es so, dass dann die Innenoberflächentemperatur, die Innenoberfläche, die das überträgt, größer ist, als die Wärme abgebende Fläche auf der Außenseite. Das heißt, da werde ich dann den umgedrehten Effekt haben und feststellen, dass da die Innenoberflächentemperatur etwas höher liegt, als im ungestörten Bereich. Und das wäre jetzt eine geometrische Wärmebrücke. Das heißt, alleine aufgrund der Geometrie habe ich jetzt hier auch wieder diesen Wärmebrückeneffekt. Das Ganze können auch punktuelle Durchdringungen sein. Wenn zum Beispiel hier dieses T-Stück, was Sie hier erkennen, ein Metallbauteil wäre, was eine Wärmedämmung zum Beispiel durchdringt, dann ist das ein sehr gut wärmeleitendes Material. Auch das wäre dann ein super guter Wärmeleiter und da fließt die Wärme natürlich vermehrt ab. Das wäre auch eine Wärmebrücke. Bei solchen Metalleinbauteilen, die jetzt so eine T-Form haben, sinkt vor allem die Temperatur sehr stark ab im Bereich der Innenkontaktfläche, nach innen gerichteten Kontaktfläche. Und wenn die sehr groß oder unterschiedlich groß ist, Bild oben zu Bild unten, dann sehen wir, dass die Fläche, die eine niedrigere Temperatur hat, in der oberen Abbildung sehr viel größer ist, als in der unteren Abbildung mit A2. Das heißt, es spielt eine Rolle für die Innenoberflächentemperatur und die Auswirkungen, wie rum ich jetzt dieses Bauteil einbaue. Ob ich mit dem Flansch, also das hier wäre der Flansch, das hier ist der Steg, also ob der Flansch nach innen zeigt oder quasi nur doch die Spitze des Steges, wie in der unteren Abbildung. So, das heißt, Wärmebrücken lassen sich gar nicht verhindern am Haus. Alle Ecken sind schon Häuser. Oder auch, wenn ich statisch bedingt Einbauteile habe, wie unten diese Stahlbetonstütze hier, irgendwo eine andere Farbe, wenn ich statisch bedingt so Einbauteile habe in der Dämmebene, dann lässt sich das nicht verhindern. Und diese Abbildung unten, die müsste Sie erinnern an unser Holzdach, an unser inhomogenes Bauteil. Das war ja nichts anderes. Nur, dass wir jetzt bei einem Holzdach, beim inhomogenen Bauteile, quasi die Summe aller Wärmebrückeneffekte energetisch schon mit eingerechnet haben in den U-Wert des inhomogenen Bauteils. So, das heißt, es passieren bei Wärmebrücken zwei Dinge. Es passieren zwei Sachen bei Wärmebrücken. Zum einen passiert das, was wir gerade begonnen haben. Wir haben einen Einfluss auf die Oberflächentemperatur innen. Das heißt, im Bereich von Wärmebrücken muss ich auch darüber sprechen, dass ich den Tauwasser- und Schimmelpilzschutz beachte. Und über den höheren Wärmeabfluss habe ich eben auch einen energetischen Einfluss der Wärmebrücken auf den Wärmeverlust meines ganzen Hauses. Wenn es Stellen gibt, über die punktuell mehr Wärme abfließt, als im Bereich der Außenwand an sich, dann muss ich die berücksichtigen, diesen energetischen Einfluss. Wir müssen also zwei Sachen uns anschauen. Wir fangen an mit dem Feuchte oder mit dem Einfluss auf die Innenoberflächentemperatur. Und da sehen wir aus dem Tabellenbuch jetzt hier eine Seite. Allgemeine Anforderungen im Bereich von Wärmebrücken können Sie hier sehen. Und ganz unten der Absatz sagt eigentlich alles aus. Na ja, damit Schimmelpilzbildung auf der Innenoberfläche auch im Bereich von Wärmebrücken vermieden werden kann, darf gemäß dieser Mindestwärmeschutznorm 4108 Teil 2 unter den dort genannten Randbedingungen eine Temperatur an der ungünstigsten Stelle. An der ungünstigsten Stelle und das wäre meine Wärmebrücke. Von 12,6 Grad Celsius nicht unterschritten werden. Warum 12,6? Weil da 80% Luftfeuchte sind. Sie erinnern sich. So, das ist eigentlich der zentrale Satz. Das heißt, die Anforderungen an einen klimabedingten Feuchteschutz gelten natürlich auch im Bereich von Wärmebrücken. Das heißt, auch im Bereich von Wärmebrücken habe ich wieder diese Temperatur T-Min von mindestens 12,6 Grad Celsius. Als Anforderung. Steht im Tabellenbuch, steht in der Norm, muss ich einhalten. Alles gut, alles richtig. So, das heißt, ich muss im Bereich von Wärmebrücken auch wiederum die Innenoberflächentemperatur berechnen. Das kann ich grafisch nicht machen. Werden wir gleich sehen. Wenn wir jetzt in die Norm gucken, gibt es aber einen anderen Kennwert, den wir zuordnen können, müssen. Und der ergibt sich aus einem Zusammenhang, den wir eben hatten, den wir eben bei der Temperatur uns schon angeschaut haben. deswegen springe ich jetzt noch mal zurück zur Temperatur Betrachtung, die wir eben schon mal hatten. So, Sie erinnern sich zumindest grob, dass wir über sowas gesprochen haben eben. und wir hatten ausgerechnet dieses Delta auf der Innenseite von 7,4 Kelvin. Ja? Sie erinnern sich. Was waren die 7,4? Die 7,4 ergaben sich aus der Innenraumluft minus die 12,6. Ja, das war die 12,6 war das Schimmelpilzkriterium, 20 war die Norm Innenraumtemperatur, ergab diese Temperaturdifferenz von 7,4 Kelvin. So. Jetzt kann ich noch was anderes machen. Ich kann nämlich jetzt hingehen und noch einen anderen Verhältniswert bilden. Gehe da mal ran. Und ich bilde jetzt das Verhältnis dieser Temperaturdifferenz, die wir schon hatten, zu einem anderen Wert, nämlich der Gesamttemperatur Differenz hier 25 Kelvin. Das Verhältnis bilde ich jetzt. So, ich bilde das Verhältnis Delta T RSI zu Delta T RSI waren die 7,4 dividiert durch 25. Mathematisch jetzt nicht so schwer. Wo die Werte herkommen, habe ich Ihnen auch gezeigt. So, was ist das jetzt? Rechnen wir es mal aus. 7,4 geteilt durch 25 0,296 oder auch ungefähr 0,3. Okay. So, und der Wert hier, damit kann ich schon viel anfangen. Reden wir gleich drüber. So, und jetzt kann ich noch ein anderes Verhältnis bilden. Ich kann jetzt das Verhältnis bilden, was quasi übrig bleibt. Das hier, diesen Temperatursprung, und kann das durch den Gesamtwert teilen. Das ist die Differenz zu 1, könnte man sagen. Okay. Also, ich kann jetzt noch ein anderes Verhältnis bilden. Das hier wäre der erste Wert. Der zweite Wert wäre jetzt Delta T Gesamt minus Delta T RSI geteilt durch Delta T Gesamt, damit die Formel mal insgesamt da steht. Ja, und das ist ja nach allem Rechnen nichts anderes als 1 minus 0,3. Ja, diese 0,3. Der Rest muss dann wieder 1 ergeben. Das heißt 0,7. Okay. Und da gibt es dann einen feststehenden Begriff zu. Das Ding nennt sich FRSI und das ist der sogenannte Temperaturfaktor FRSI von 0,7. Der Kind hat jetzt einen Namen gekriegt. Hurra. Ja, woher kommt das? Das kommt von den von den 0,3 eigentlich. 0,3. Woher kommen die eigentlich? Die kommen letzten Endes aus diesem wenn man so will Schimmelpilz-Kriterium. Das heißt die logische Kette die wir jetzt hier aufgemacht haben ist Ziel ist wir wollen kein Schimmel. Also wir wollen kein Schimmel. Kein Schimmelpilz. Damit ich keinen Schimmelpilz kriege heißt das maximal 80% relative Feuchte. Das war der zweite Schritt. Damit ich keine nicht mehr als 80% relative Feuchte habe habe ich eine Innenoberflächentemperatur von mindestens 12,6 Grad Celsius definiert. Unter Normrandbedingungen heißt das aus T-Min konnte ich mir berechnen dieses Delta T-R-S-I und das waren die 7,4 Kelvin. Die haben sich quasi daraus ergeben. Okay. Und bezogen auf die Gesamtnormen Temperaturdifferenz von 25 Kelvin heißt das daraus ergab sich dann letzten Endes dieser Wert von 0,3 als Verhältnis des Übergangswiderstands beziehungsweise Verhältnis des Sprungs im Bereich des Übergangswiderstands durch den Gesamt Temperatursprung und daraus kann ich dann wiederum diesen Temperaturfaktor F-R-S-I bilden. So war die Kette. So war die logische Kette, die wir jetzt hier entwickelt haben. Und wir haben gesehen, das Ganze ist proportional zu den Widerständen, zu den Durchlasswiderständen, jeweiligen Durchlasswiderständen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, der Temperatursprung auf der Innenseite sind 7,4 Kelvin, also 30 Prozent, 0,3, 30 Prozent von meiner Gesamttemperaturdifferenz spielt sich auf der Innenseite ab, bis zur Oberfläche. Das heißt, weil mein Widerstand proportional ist, heißt das, der Übergangswiderstand darf maximal 30 Prozent sein vom Gesamtdurchgangswiderstand. Deswegen die 0,3. Das heißt, als dicke Daumenregel kann man sagen, auf der Innenseite vor meinem Bauteil darf ich maximal ein Drittel meiner Wärmedämmung anordnen. Dann funktioniert das noch als grobe Rechenregel. Oder anders, der Temperaturfaktor, der Temperatursprung, der übrig bleibt nach außen, das sind dann 70 Prozent. Habe ich mehr als 70 Prozent auf der Außenseite, habe ich kein Problem, weil dann ist der Temperatursprung auf der Innenseite kleiner kleiner als 30 Prozent. Kleiner als 30 Prozent heißt, meine 7,4 werden weniger. Wenn meine 7,4 weniger werden, wird meine Oberflächentemperatur größer und ich habe kein Schimmelproblem. Okay? So, warum das Ganze? Ja, Verdammte Hacke, warum jetzt da noch ein neuer Wert? Weil dieser Wert FRSI die maßgebliche Größe ist, die auch gelten muss oder dieser Wert muss auch erfüllt sein an der ungünstigsten Stelle. Das, was wir hier gelesen haben, an der ungünstigsten Stelle darf die Temperatur ganz unten stets auch im Bereich von Wärmebrücken also nicht kleiner als 12,6 Grad werden. Heißt, im Umkehrschluss der Temperaturfaktor im Bereich von Wärmebrücken muss mindestens bei 0,7 liegen. Lieber höher. Das ist die Anforderung, die ich im Bereich von Wärmebrücken habe. Das heißt, wenn ich eine Wärmebrücke rechne, egal wie sie jetzt die Wärmebrücke rechnen, das Verhältnis, dadurch, dass ich hier einen Verhältniswert festgelegt habe, ist es jetzt wiederum egal, mit welchen Randbedingungen ich hier rechne. Ja, ich könnte jetzt auch mit anderen Innenraumtemperaturen, rechnen und mit anderen Lufttemperaturen rechnen. Das Verhältnis, wenn ich das sicherstelle, dann führt das nie dazu, dass es unter Normrandbedingungen zu einer Überschreitung des Schimmelpilzkriteriums kommt. Das ist der Vorteil von diesem Verhältniswert FRSI. So, an sich muss man diesen Wert kennen, 0,7 und muss wissen, FRSI sorgt dafür, dass es nicht schimmelt, auch im Bereich der Wärmebrücke. Das ist das Minimalwissen. Schön wäre natürlich, wenn man auch so die logische Kette dahinter ein bisschen kennen würde. So, einmal kurz durchatmen. Wir haben über Wärmebrücken gesprochen. Anforderungen aus hygienischer Sicht, also zur Vermeidung von Schimmelpilzen. An der Stelle im Arbeitsbuch waren wir stehen geblieben. Gelten die gleichen Regeln und das führt letzten Endes dazu, dass die Anforderungen meiner Wärmebrücke oder an meine Wärmebrücken lauten, dass dieser Temperaturfaktor FRSI mindestens bei 0,7 lieber darüber liegt. Gut. Jetzt bin ich schlauer, aber ich habe noch keine Lösung, weil ich will ja wissen, funktioniert die Wärmebrücke oder nicht. Das heißt, da haben wir jetzt tatsächlich ein Problem, das können wir nicht mehr von Hand rechnen. Können auch sagen, ja, ist doch schön, können wir halt nicht von Hand rechnen. Also wo kriege ich jetzt diese FRSI Werte her? Und da haben wir ganz am Anfang bei Baukonstruktionen hatte ich schon mal gesagt, 95% oder noch mehr unseres Jobs besteht darin, erfahrene Konstruktionen, erprobte Konstruktionen und Bauweisen so aneinander zu fügen, dass die Bauaufgabe gelöst wird. Das heißt, wir haben einen riesen Lego-Baukasten, den müssen wir nur richtig bedienen können. Das heißt, wir müssen uns jetzt nicht neue Wärmebrücken mit aller Gewalt ausdenken. Ganz viele sind einfach schon mal gerechnet worden. Die müssen wir nicht nochmal rechnen. Und dafür dienen sogenannte Wärmebrücken Kataloge. Und im Bereich der hygienischen Anforderungen gibt es einen Wärmebrücken Katalog, der extrem wichtig ist. Und das ist der Wärmebrücken Katalog DIN 4108. Sie lesen es links oben. DIN 4108 Bei Blatt 2. BBL ist die Abkürzung für Bei Blatt. Sie finden oft zu Normen Bei Blätter. Das sind quasi Anlagen zu einer Norm, könnte man sagen. Das heißt, wenn wir jetzt mal gucken, und Sie finden das auch in der Norm, dann zeigt die auf dieses Bei Blatt, und das ist nichts anderes als ein Wärmebrücken Katalog, und hier unten steht es, Tauwasserbildung, wann setzt Tauwasserbildung ein, und so weiter und so fort. Dann lesen Sie hier Schimmelpilze, kann bereits bei Luftfeuchten oberhalb von 80% entstehen, und so weiter und so fort. Und dieses Bei Blatt 2 enthält jetzt Kennwerte und Wärmebrücken, die sicherstellen, dass mein Temperaturfaktor Frsi größer ist als 0,7. Das war quasi die Bedingung für eine Wärmebrücke, um überhaupt hier reinzukommen in den Katalog. Dann gibt es noch Erklärungen dazu, das gucken wir uns später noch mal ein bisschen ausführlicher an. Jetzt gehe ich nur mal gerade irgendwo mitten rein in diesen Wärmebrücken Katalog. Noch weiter rein. Dann sehen wir jetzt hier zum Beispiel Wärmebrücken Aufbauten. Zum Beispiel so ein Sockeldetail, das heißt, wir haben nur kurz zur Erklärung hier so ein Streifenfundament, haben dann hier oben Fensteranschluss, haben hier Erdreich, an der Stelle ist Erdreich, das heißt, das ist nicht unterkellertes Gebäude. Und jetzt sehen wir hier zwei verschiedene Konstruktionen oder wir sehen jetzt hier irgendwo, naja, wir sehen mehrere Ausbildungsvarianten dieser Konstruktion und all diese Details halten die Anforderungen FRSI größer gleich 0,7 ein. Das heißt, ohne weiteren Nachweis könnte ich sagen, wenn ich eine Wärmebrücke aus diesem Katalog nehme und die mindestens so gut ausbilde, wie sie hier dargestellt ist, sorge ich dafür, dass es auch im Bereich von Wärmebrücken und die kälteste Stelle wäre jetzt hier, das wäre die kälteste Stelle meiner Wärmebrücke, dass es da nicht zu einer Unterschreitung dieses FRSI Wertes kommt. Ja? Das heißt, sie finden hier andere Kennwerte, ja, Referenzwert steht da, Kategorie, da werden wir gleich drüber sprechen, was damit gemeint ist, aber jedes Wärmebrückendetail, was sie hier finden, hält quasi dieses Kriterium FRSI größer gleich 0,7 ein. So, und wenn man jetzt wissen möchte, wie will ich jetzt oder wie soll ich jetzt, ja, nehmen wir mal, das nehme ich jetzt mal für ein Bauteil, nehmen wir mal hier solche Anschlüsse, Kellergeschoss, nehmen wir mal hier ein Kellergeschoss, dann ist hier Kellerboden, Streifenfundament, Außenwand, Außen gedämmt, Bodenplatte, Innen gedämmt, also Zeile 6 als Beispiel, und sie sollen dann für ihr Bauwerk, für ihr Projekthaus, diese Wärmebrücke entwickeln, dann ist das hier, was sie in dem Beiplatz 2 finden, die unterste Messlatte, ja, das ist die Mindestanforderung, die sie hier finden, und deswegen finden sie hier auch immer solche Mindest oder größer Gleichangaben, das heißt, wenn sie nicht 10 cm Wärmedämmstoff einbauen, sondern 12, dann halten sie natürlich auch die Anforderungen ein, ja, kurz und knapp, ja, deswegen steht hier erstmal nicht mehr, das heißt, hier bedienen wir uns der DIN 4108 bei Platz 2, da gucken wir rein und da können wir dann sicher sein, dass alle Details, die da drin stehen, wenn ich die mindestens so ausführe, auch die Mindestanforderungen einhalten. Deswegen müssen wir uns auch gar nicht um mehr kümmern, ja, bei Wärmebrücken müssen wir wissen, dass es die Anforderungen genauso gibt, wie bei Bauteilen auch, wenn die Wärmebrücke in diesem Beiplatz 2 drin steht und ich die mindestens so ausführe, habe ich quasi den Nachweis geführt und BIN muss keine weiteren Nachweise führen. Erst wenn das Detail da nicht drin steht, dann muss ich gucken, ob ich woanders Informationen finde, die mich weiterbringen. In Physik 2 werden Sie noch etwas ausführlicher darauf eingehen. Für uns jetzt erstmal reicht die Information aus. Wie bei Bauteilen auch, gewinne ich, wenn ich Wärmebrücken nur am Mindestwärmeschutz orientiere, gewinne ich keinen Blumentopf mit, energetisch. Ja, so wie wir das bei den Bauteilen auch gesehen haben. Die Anforderungen an den U-Wert waren viel größer, waren viel strenger, viel anspruchsvoller als jetzt die Anforderungen zur Sicherstellung des Mindestwärmeschutzes. Und so ähnlich ist das hier bei Wärmebrücken auch. Die zweite Sache, die passiert, ist, dass ich höhere energetische Verluste auch im Bereich der Wärmebrücken, habe ich auch höhere energetische Verluste in der Regel. Und die werden bewertet mit einem Kennwert, der so ähnlich ist wie der U-Wert, nämlich ein Längenbezogener Wärmebrückendurchgangskoeffizient. Wärmebrückendurchgangskoeffizient war der U-Wert. Den haben wir kennengelernt bei Bauteilen. Der U-Wert heißt auch Wärmedurchgangskoeffizient. Eine Wärmebrücke ist aber ja eigentlich keine Fläche, keine Bauteilfläche, sondern eine Kante. Ja, wenn man so will. Und ich gucke mir jetzt die Wärmebrücke hier nochmal an. Das ist ja ein Grundriss-Ausschnitt, wenn man so will. Ja, können Sie sich das räumlich vorstellen, diese Ecke hier. Wir gucken quasi so ein Grundriss-Ausschnitt auf mein Bauwerk. Das heißt, hier wäre, hier wäre die Wärmebrücke. Oder ich mache es mit einer anderen Farbe, sieht man besser. Da ist eine Wärmebrücke. Das heißt, die gesamte Linie über diese Höhe ist meine Wärmebrücke. Die Kante ist meine Wärmebrücke. Genauso wäre, wäre, ja, könnte ich sagen, auch diese Kante hier über die Höhe ist die Wärmebrücke. Die Frage ist jetzt, welche Länge nehme ich jetzt? Die Innenlänge oder die Außenlänge? Darüber müssen wir uns noch unterhalten. Aber die Wärmebrücke ist deswegen sowas ähnliches wie der U-Wert. Und deswegen gibt man ihr auch einen ähnlichen Namen und sagt, das ist ein längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient. Damit es da keine Verwechslungen zum U-Wert gibt, nimmt man einen anderen Buchstaben dafür und das ist diese Mistgabel, dieser Psi-Wert. Das ist der längenbezogene Wärmedurchgangskoeffizient im Bereich von Wärmebrücken. Den kriegen wir auch wieder aus Wärmebrücken-Katalogen. Ja, Sie sehen hier Referenzwert Psi. Das heißt, da steht schon sowas drin wie so ein Wärmebrücken, ein längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient Psi. Was jetzt da das Referenz zu bedeuten hat, das werden wir noch sehen. Dieser Referenzwert jetzt, Zeile 5 als Beispiel, liegt bei 0,44 Watt pro Meter Kelvin. Der U-Wert hatte die Einheit Watt pro Quadratmeter Kelvin, weil sich der U-Wert auf eine Fläche bezog. Hier bezieht sich es jetzt auf eine Linie. Insofern muss das Meter und nicht Quadratmeter sein. Ja? Das heißt, die energetischen Verluste spiegeln sich wieder in diesem Psi-Wert. Das, was da rechts steht, das sehen wir später in der Lernphase E. Und jetzt ist die Frage, wo komme ich jetzt oder wie komme ich jetzt an den Psi-Wert meiner Konstruktion? Und da sehen wir auch, naja, 90% meiner Bauteilkonstruktionen und deswegen auch meiner Details, die wurden schon mal berechnet. Insofern finde ich auch sehr viele dieser Wärmebrücken Verlustkoeffizienten oder längenbezogene Wärmedurchgangskoeffizienten finde ich eben in diesen Wärmebrückenkatalogen. Da kann ich jetzt natürlich hingehen und kann sagen, ich nehme den Wärmebrückenkatalog der 4108 bei Platz 2. Der hilft mir nur nicht viel, weil der Wert, den Sie hier finden, der hat eigentlich einen anderen Sinn und Zweck. Das ist ein Referenzwert, mit dem ich mich vergleichen kann, wenn ich eine Vergleichsrechnung durchführe, interessiert uns jetzt hier nicht. Die sind viel zu schlecht, wenn man so will. Das, was ich eigentlich brauche, sind bessere, genauere, passendere Wärmebrückenkataloge und das sind dann Wärmebrückenkataloge von Herstellern zum Beispiel. Das heißt, Sie finden zum Beispiel jetzt hier diesen Planungsatlas Wärmedämmverbundsystem als erstes Beispiel mal und den gucken wir uns jetzt hier gerade mal an. Das heißt, wenn ich da die Internetseite mal öffne, zeigt sich folgendes, das ist quasi eine digitale Form meines Wärmebrückenkatalogs, können sich auch einen Account anlegen, müssen sie nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, wie hoch ist denn oder wie gut ist denn meine Wärmebrücke im Bereich des Fensteranschlusses, dann kann ich mir diesen Fensteranschluss hier auswählen. Dann werden mir hier unten alle möglichen Wärmebrücken in dem Bereich aufgelistet. Muss man sich dann so ein bisschen durcharbeiten, bis man die richtige Wärmebrücke gefunden hat. Ich nehme jetzt hier nur beispielhaft eine raus und dann sehen wir, das hier ist jetzt die Wärmebrücke des unteren Anschlusses des Fensterrahmens. Ich gehe da mal größer an das Detail ran. Der untere Anschluss meines Fensterrahmens im Bereich der Außenwand bei einer außenliegenden Wärmedämmung, also mit einem Wärmedämmverbundsystem und die Fensterbank ist aus Metall. So sieht die Konstruktion aus. Und wenn ich das energetisch berechne, kommt das raus dabei. Naja gut, kann man schlecht erkennen. Man erkennt diesen schrägen Verlauf der Wärmeströme. Jetzt kann ich verschiedene Sachen noch auswählen. Ich kann zum Beispiel sagen, aus der Vordimensionierung meiner Außenwand, das haben Sie ja gemacht oder machen das noch, wissen Sie zum Beispiel, okay, meine Außenwanddämmung sind 16 cm, Sie kennen die Wärmeleitfähigkeit der Außenwanddämmung und Sie wissen, wie viel beträgt die Überdämmung des Fensterrahmens oder der Fensterrahmen. Das heißt, um wie viel Zentimeter gehen Sie hier über den Fensterrahmen oder auf den Fensterrahmen drauf. Also diese Dimension ist damit gemeint. Sagen wir mal, das sind 2 cm und Sie wissen den U-Wert des Fensterrahmens. Wenn Sie die Werte alle ausgewählt haben, berechnet Ihnen das Tool direkt den Psi-Wert, Sie sehen da unten die Zeile längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient, Psi ist gleich 0,043 Watt pro Meter Kelvin. Und netterweise, ja, netterweise sehen Sie auch, sehen Sie auch die minimale Oberflächentemperatur, die wird auch noch angegeben mit 16,1 Grad. Natürlich passt dann die hygienische Anforderung auch. Das heißt, in der Praxis geht man eigentlich eher dazu über, wenn man jetzt die energetischen Einflüsse aller Wärmebrücken berechnen möchte und bedient sich solcher digitalen Wärmebrücken-Kataloge, passt die Werte entsprechend der eigenen Planung an. Wir haben gesehen, beim Leistungsbild war das auch eine Leistung in Leistungsphase 3, also schon eine vertiefte Planung und kann dann die Psi-Werte auch ermitteln und zusammenstellen. Das wäre die Vorgehensweise über Wärmebrücken-Kataloge. Da gibt es verschiedene, das hängt vom Material ab, das Sie verwenden. Das werden wir ausführlich besprechen, wenn Sie in der Projektgruppe an Ihrem Haus arbeiten. Und dann will der eine vielleicht ein Ziegelmauerwerk nehmen, der andere will ein Kalk-Sandstein-Mauerwerk nehmen mit Wärmedämmverbundsystem. Die dritte möchte gerne Kalk-Sandstein mit einer Vorsatzschale außen haben und der vierte möchte ein Holzhaus bauen. Also das Material entscheidet über die Wahl des Wärmebrücken-Katalogs. So, das würde ich nur ganz kurz sagen. Wir werden bei der energetischen Bilanz da auch nochmal zu kommen. Welchen Längenbezug ich da jetzt auswähle, das werden wir noch sehen, wenn wir die Wärmebrücken zusammenstellen. Kommen wir also nochmal drauf zurück. Auch Anforderungen bei der energetischen Bilanz. Auch darüber werden wir noch zu gegebener Zeit sprechen. Gibt es Fragen erstmal bis hierhin? Wir schließen das Wärmebrücken-Thema heute nicht ab. Das ist nur die Einführung, was sind Wärmebrücken überhaupt, wo habe ich Wärmebrücken? Es gibt zwei Kennwerte von Wärmebrücken. FRSI ist zur Schimmelpilzvermeidung und dieser PSI-Wert, das ist die energetische Betrachtung meiner Wärmebrücke. Jetzt gucken wir uns das mal exemplarisch an für mein Beispielgebäude und das wäre auch die Vorgehensweise, die Sie wählen sollten für Ihr Beispielgebäude. Das überspringe ich jetzt alles mal. Für Ihr Projekthaus. Das, was wir brauchen letzten Endes, ist der gesamte energetische Verlust unserer Häuser. Das ganze Ziel, was wir hier machen, ist ja, wir wollen ein energetisch optimiertes Wohngebäude entwerfen oder konstruieren. Das ist unser Ziel. Dazu gehört eine gute wärmedämmende Hülle, eine gute Gebäudehülle. Einerseits gehören gute Bauteile dazu, andererseits gehören gute Wärmebrücken dazu. Das heißt, ich muss alle Wärmebrücken energetisch bilanzieren, die ich habe. Was gehört dazu? Dazu gehört der PSI-Wert, das Pendant zum U-Wert. Dazu gehört die Länge der Wärmebrücke und das Produkt aus beidem ist sowas wie ein spezifischer Wärmebrückenverlust. Den werden wir später im Kapitel E dann nochmal kennenlernen. Also der erste Schritt besteht darin, dass man sich überhaupt erstmal alle Wärmebrücken aufschreibt, die das Gebäude hat. Ihr Projekthaus hat vielleicht andere Wärmebrücken. Mehr, weniger, zweiter Schritt zu all diesen Wärmebrücken müssen wir diesen PSI-Wert bestimmen aus Wärmebrückenkatalogen. Dritter Schritt wir müssen die Länge berechnen der Wärmebrücken jeweils und erst der letzte Schritt ist dann die energetische Bilanzierung Produkt aus PSI-Wert und Länge. Wir gucken uns jetzt nur mal ein Beispiel an damit Sie schon mal die Systematik kennengelernt haben die man bei Wärmebrücken irgendwie durchlaufen muss. Das ist wieder so ein Kochrezept. Eine Wärmebrücke hatte ich Ihnen eben auch schon gezeigt das war ja das war jetzt der Fensterbank Anschluss im Bereich von Fenstern man hat aber auch seitliche Laibungen also links und rechts vom Fenster ist die Laibung ist eine Wärmebrücke so wenn ich in Katalogen nachschaue finde ich zum Beispiel im Wärmebrücken Katalog mit Kalksandstein und Wärmedämmverbundsystem diese beiden Tabellen hier jetzt könnte ich Sie fragen finde den Unterschied in diesen beiden Konstruktionen ja der Unterschied liegt da ja nämlich wo ist das Fenster eingebaut hier oben ist das Fenster eingebaut in der Dämmebene das gelbe das gelb hinterlegte das ist die Wärmedämmung also mein Wärmedämmverbundsystem ist das gelbe hier und im ersten Fall ist jetzt der Fensterrahmen eingebaut innerhalb dieser Dämmebene zweiter Fall der Fensterrahmen ist innerhalb also außenbündig im Bereich des des Mauerwerks eingebaut ja Mauerwerk nur das ist der Unterschied alles andere ist gleich gucken wir uns mal an und da hatte ich bei Fenstern schon mal was zu gesagt ja wir gucken uns mal an was ist energetisch besser wo soll das Fenster eingebaut sein und so weiter und so fort das gucken wir uns mal an das müsste sich ja widerspiegeln in diesem Psi-Wert hier deswegen schauen wir uns die Psi-Werte mal an fangen wir oben an und ja für mein Musterhaus sage ich ich habe eine eine Wärmedämmung sagen wir mal von 18 Zentimetern ich nehme jetzt einfach mal einen Wert raus 18 Zentimeter und mal angenommen ich hätte einen einen Fensterrahmen mit einem U-Wert von 1,1 bis 1,0 UF da oben ja UF ist der Rahmen U-Wert U U-Wert F für Frame wenn Sie da bei Fenstern nochmal gucken haben wir gesagt bei Fenstern habe ich drei U-Werte für die Verglasung für den Rahmen und für diesen Abstandhalter und das hier ist nur der Rahmen Verglasung spielt keine Rolle hier an der Stelle für die Wärmebrücke das heißt ich weiß die Zeile ich weiß die Spalte das heißt mein Psi-Wert beträgt 0,003 beispielhaft jetzt gucke ich in dem anderen Fall mal nach gleiche Werte 18 cm Dämmung Rahmen U-Wert Psi-Wert 0,042 0,042 also 42 könnte man auch durch 3 dividieren das heißt mal 14 das 14 fache ich habe den 14 fachen Wärmeverlust nur weil ich den Fensterrahmen an einer anderen Stelle einbaue die gleichen Bauteile die gleiche Außenwanddämmung der gleiche Rahmen alles gleich nur dass ich das Fenster etwas mehr nach innen schiebe und nicht außen in die Wärmedämmebene einbaue sorgt dafür dass ich den 14 fachen Wärmeverlust habe an der Stelle und das ist jetzt ingenieurmäßige Arbeit drüber nachzudenken wie kann ich jetzt so eine Wärmebrücke wie hier energetisch optimieren und das hieße jetzt in dem Beispiel naja der obere Einbauort in der Wärmedämmung ist natürlich viel günstiger ja also viel besser energetisch viel besser als unten das Detail es wird natürlich man sagen warum machst es nicht immer so warum gibt es das untere Detail denn überhaupt naja es hat konstruktiv natürlich Vorteile wenn ich das Fenster in der tragenden Ebene direkt befestigen kann ich brauche keine Winkelbefestigung keinen separaten Einbaurahmen ich habe es vielleicht einfacher an der Stelle hier den Übergang hinzukriegen meiner luftdichten Ebenen da werden wir noch zu kommen das heißt ich habe konstruktiv einige Besonderheiten worin sich diese Wärmebrücken oder die unterschiedliche Ausbildung dieser Wärmebrücken eben auch noch unterscheiden deswegen wird das obere Detail in der Regel etwas teurer sein als das untere ob sich das lohnt das muss man eben auch noch betrachten das heißt ich habe zwar hier für diese eine Wärmebrücke den 14 fachen Wärmeverlust wenn das aber insgesamt nur 0,1 Promille meines Gesamtenergie Verbrauchs ausmacht dann kann mir das auch egal sein also es hängt ja davon ab wie viel macht denn das überhaupt aus am Gebäude wenn das viel ausmacht dann nehme ich sicherlich auch ein bisschen Geld in die Hand und mache es dann energetisch besser wenn es nichts oder ganz wenig ausmacht dann nicht also so eine Mini Wirtschaftlichkeits Betrachtung müssen wir dann sollen sie immer auch bei ihrem Projekthaus machen wir können es jetzt noch nicht abschätzen weil wir können noch nicht wissen wie hoch der gesamte energetische Verlust der Wärmeverlust unserer Gebäudehülle ist wir werden deswegen zurückkommen wieder an die Stelle wenn wir den Gesamtverlust unserer Gebäudehülle berechnet haben das heißt die Vorgehensweise zur energetischen Optimierung von Wärmebrücken hat eigentlich immer zwei oder drei Stufen grundsätzliche Klärung des Details wenn mehrere Ausbildungsarten in Frage kommen wie jetzt hier bei dem seitlichen Fenster Anschluss guckt man sich an welches Detail ist besser wie viel ist das besser und der dritte Schritt ist ich muss es einsortieren in den Gesamt Wärmeverlust meines Hauses um dann beraten zu können um sagen zu können Bauherr ich empfehle dir ganz dringend die obere Ausführung weil du sparst dir dadurch richtig prozentual Wärmeverlust über die Gebäudehülle deines Hauses das ist dann sozusagen das Know-How wenn man so will dass sie dann im Lauf ihres Berufslebens entwickeln wenn sie sich viel mit diesen energetischen Betrachtungen beschäftigen und dann muss ich mich dafür entscheiden und dann sind Sie gefragt bei Ihrer Studienleistung wenn Sie sich das Detail anschauen oder Sie sind beauftragt dieses Detail hier zu skizzieren dann wären Sie ja mit Dummheit gepudert wenn Sie nicht diese Vorlage nehmen würden dann gehörten Sie ja quasi ex matrikuliert wenn Sie sich selber versuchen was zu überlegen aber Sie müssen das natürlich anpassen auf Ihre Geometrie hier steht jetzt nur D1 wir müssen Ihre Wärmedämmdicke da eintragen und das Detail dann entsprechend Ihrer Konstruktion anpassen das ist dann das Know-how und deswegen reicht auch eine saubere Handskizze aus weil Sie lernen ja hier nicht Bauzeichner oder Konstrukteur sondern Sie sind derjenige der die energetische Bilanz macht und Details entsprechend skizziert vorgeben muss oder die Details von anderen vom Architekt kontrollieren muss das ist Ihr Job insofern wenn Sie die Wärmebrücke so berechnet haben ist das Nächste was Sie bitte machen für Ihren Bericht Screenshot oder Abbildung speichern unter in den Bericht rein damit und dann entsprechend ich mache das mal gerade entsprechend dann zum Beispiel sagen na und dann die Sachen dann eben auch anpassen dann haben Sie hier zum Beispiel die 18 Zentimeter Dämmung hier haben Sie vielleicht eine 17 Fünfer Dämmung das ist jetzt nicht Ihre Skizze das ist nicht das was Sie abgeben sollen aber so entwickeln Sie das und sagen ich habe jetzt hier vielleicht keinen das hier ist ein Kunststoff Rahmen wenn Sie vielleicht sagen Sie haben einen Holzrahmen dann sieht das Ding anders aus das ist dann Ihr Job dieses Detail anzupassen an Ihre Verhältnisse aber natürlich nehmen Sie doch bitte die Vorlage hier weil alle anderen Anschlüsse wie jetzt hier zum Beispiel der Anschluss der luftdichten Ebene wenn ich das mal rausnehme der Innenputz Mörtelschicht Anschluss über diesen Winkel auch schon sauber dargestellt ist oder auf der Außenseite Schlagregendichte Ebene Außenputz lernen wir noch kennen hier oben ist eine Abdichtungsbahn festgeklemmt durch diese Schraube Detail stimmt auch da also wenn Sie die Vorlagen der Hersteller nehmen und da finden Sie auch eigentlich alle die Sie brauchen Sie müssen es nur noch adaptieren anpassen auf Ihre konkrete Projektsituation das ist dann Ihr Job für die Studienleistung okay wie geht's Ihnen fühlen Sie sich noch wohl schwirrt der Kopf alles noch entspannt locker gibt's Fragen Daumen hoch von Herrn Schelig danke gut das sind Wärmebrücken könnte man sagen ja der Rest ist Wiederholung der Rest ist ja ich würde jetzt hier zum Beispiel hingehen ich entscheide mich für die obere Variante hätte dann den Psi Wert von 0,003 ja und den könnte ich jetzt hier eintragen 0,003 Watt pro Meter Kelvin für mein Beispielgebäude Sie haben einen anderen Wert füllen und jetzt ist der Job klar fülle die Tabelle aus das wäre jetzt mein Job zu sagen ich kümmere mich jetzt noch um die 14 anderen Wärmebrücken die ich habe das werden wir dann teilweise im Tutorium machen die Auszüge aus den Wärmebrücken Katalogen sind schon in ihrem Arbeitsheft drin und dann kann ich die Tabelle Schritt für Schritt eben ausfüllen das ist jetzt die Aufgabe bei den Wärmebrücken wenn ich in Detail mal nicht finde tatsächlich in Wärmebrücken Katalogen dann müssen wir miteinander sprechen dann melden sich bitte bei uns und sagen es gibt Gebäude wo zum Beispiel eine Verglasung über Eck läuft so Details finden sie dann nicht da müssen wir darüber sprechen wie man da vorgeht aber an sich finden sie eben auch zum Beispiel gibt es Wärmebrücken Kataloge für den Holzbau von Pavatex es gibt Wärmebrücken explizit für Fenster Anschlüsse die sind auch verlinkt in OneNote können sich auch runter laden also sie finden sehr viele Wärmebrücken Kataloge auch schon in OneNote verlinkt sie können aber auch gerne andere verwenden wenn sie da ein extra Material für Bims Natur Bims Mauerwerk zum Beispiel verwenden können sie auch den entsprechenden Wärmebrücken Katalog verwenden So einmal noch durchschnaufen wo kamen wir her wo wollen wir hin wir wollten uns eigentlich beschäftigen mit dem Feuchteschutz haben gesehen für Bauteile gibt es Anforderungen also gibt es auch für Wärmebrücken Anforderungen ich gehe nochmal hoch Feuchteschutz Anforderungen bei Wärmebrücken sind die gleichen grundsätzlich wie bei Bauteilen Zentraler Begriff Nummer 1 oder Größe Nummer 1 ist dieser Temperaturfaktor Frsi Temperaturfaktor deswegen weil es ein Faktor ist mit dem ich die Gesamttemperaturdifferenz multiplizieren kann um zu wissen wie groß der Sprung von Außentemperatur zur Innenoberfläche ist Begriff Nummer 2 ist der Längenbezogene Wärmedurchgangskoeffizient der Psi-Wert da oben ist er der Psi-Wert das ist die andere Kenngröße für Wärmebrücken beide brauche ich in ihrem Bericht müssen sie sich sehr intensiv mit diesem Psi-Wert beschäftigen weil uns geht es hauptsächlich um die energetische Bilanz sie dürfen aber nicht vergessen zu erwähnen wie gehen sie mit dem Thema Mindestwärmeschutz um das heißt in jedem baufysikalischen Bericht gehört auch ein eigener Absatz dazu wo sie schreiben die Wärmebrücken meines betrachteten Gebäudes entsprechen alle mindestens den Anforderungen des Beiplatz 2 aus der DIN 4108 oder eben nicht oder sie haben es nachgerechnet oder sonst was aber der Regelfall wird sein dass diese Wärmebrücken mindestens so gut sind wie die in der 4108 Beiplatz 2 dargestellten zur Sicherstellung des Mindestwärmeschutzes für Schimmelpilze die energetische Bilanz wiederum für ihr Haus die machen sie dann über diese Tabelle die wir eben hatten das ist dann die energetische Bilanz es gibt noch eine vereinfachte Berechnung die erwähne ich gar nicht mehr weil die nicht mehr Stand der Thematik ist für Wohngebäude da werden sie eigentlich immer über diese detaillierte Berechnung gehen gut das war erstmal Wärmebrücken als Einführung wenn sie so wollen nächste Woche gibt es dann von der Referentin deren Name ich leider immer noch nicht drauf habe detailliertere Informationen für das Beispiel Material Ziegelmauerwerk und dann werden wir sicher auch bei der energetischen Bilanz nochmal zurückkommen zu Wärmebrücken wir werden freitags wenn sie im Projekt arbeiten über Wärmebrücken sprechen für heute ist es bei Wärmebrücken erstmal ausreichend